und es geht weiter hier mit dem bausimulator 2015 so jetzt schauen wir mal also was haben wir denn hier okay aufträge brauchen auftrag unbedingt so was haben wir den tag gartenbau das haben wir schon gemacht oder gartenbau ausbau im familienhaus was wir da machen transportiere erde schott fichte große dachpfannen isoliermaterial besorge einmal bitumen ausgebauten dachboden wir machen das jetzt mal familie wagner das ist der komplexe komplexität voraussichtlicher umsatz arbeitsabschnitte 3 es gibt aber mehr geld wir machen das doch auftrag annehmen sonst schauen wir was wir zuerst machen müssen fahre einen kleinen bagger zur baustelle so den mache ich aber mal zum ding mit dem taxi weit ist mir zu aufwendig ach so hier hier fahre einen kleinen bagger zur ding okay naja das machen wir schon fahren wir jetzt nochmal dahin zur baustelle bin ich in überhaupt transportiere 4,0 kubikmeter was besorge einen schottcontainer von einer transportiere 4,0 kubikmeter erde vom kieswerk in den markierten bereich baustelle und laden sie dort ab besorge einen schottcontainer und transportiere sie in den bereich kieswerk vom kieswerk aber erstes da also wir brauchen einen schottcontainer am kieswerk das heißt wir müssen das da nehmen äh ist das hier schon da ist das schon kieswerk oder? doch das ist ja schon hallo seh sie sehen etwas verloren aus kann ich ihnen helfen? ja das hoffe ich ist ja doch ein weitläufiges gelände hier vielleicht können sie mir sagen was ich wo finde sicher hier direkt auf dem platz können sie volle container in der gelben markierung abstellen wenn sie frischbeton brauchen dann fahren sie mit dem betonmischer einfach unter dem mischturm das ist der mit der großen blauen silos von oben liebherr drauf steht ja ja wieso arbeiter ansprechen ich will doch kaufen ich brauche einen schottcontainer wo bin ich denn überhaupt? warte mal ist das kieswerk hä? haha na wahrscheinlich muss ich erstmal wegfahren warte mal fahr'm erstmal äh andersrum fahr'm erstmal weg so jetzt nochmal oder? Können wir jetzt das? Ne, aber da ansprechen Hä? Aber ich brauch doch einen Container Vielleicht da hin Moment, warte mal Besorge einmal Schuttcontainer von der Baustelle Ach, von der Baustelle Oh Mann Wir müssen zur Baustelle fahren Mensch Sag's doch gleich So, zur Baustelle Hier Oh Mann, ey So, jetzt nochmal Oh Gott Oh Gott So, jetzt Okay, kommt nix Kann man fahren Alles klar Aber da muss ich wieder zurückfahren Zum Kieswerk So Schön aufpassen Jetzt überholen wir den mal Kommt eh nix Ah, dankeschön Dass sie anhalten So Jetzt auf zur Baustelle Ich denk mal schon Was ist denn da los, ey Oh Mann Achso, das war ich Achso, das war ich Das war ja ich Das war ja ich Warte mal Weggefahren Denk mir schon Ich bin der ganzen Verkehr da Oh Mann So, jetzt aber Denk mir schon Was steht denn da so komisch Das war ich selber Lustig Meine Güte So, da leh Kommt nix Können wir fahren Gartel steil hier Okay Wo ist jetzt der Container Wo ist der Ach, da hinten Ah ja Ach stimmt Jetzt hab ich da ausgebuddelt Mann Okay Dann hängen wir den mal an hier Oh Gott Das kann doch was werden Ne, ich muss von der anderen Seite Das geht nicht Naja, andersrum So Okay Jetzt fahr, 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 fahr Ja, es ist weg So Okay Dann sollte er gleich wieder einschlagen Boah, wunderbar Gut Dann auf geht's Okay Da fahren wir jetzt Das hier zum Kieswerk Jawohl Hat ja wunderbar geklappt Hat ja wunderbar geklappt So So Ich frage mich hier immer noch Wo ich hier neue Fahrzeuge Kaufen kann Oder wenn die mir automatisch Zuggestellt Ich hab keine Ahnung Vielleicht bei der Wechselstufe oder so Wie auch immer Schauen wir mal So Jetzt fahren wir zum Kieswerk Und schütten das aus Und dann Holen wir einen neuen Container Jetzt wollen die alle auch Dahin fahren Ach du meine Dauert es ja noch länger So Dala Schön 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 Jetzt wollen wir hier warten Bis sie mal weg sind Diese lahmen Enten Kommen wir vor wie bei Eurotrack hier Ist genauso So Hier ist das Kieswerk schon Okay Gottes Willen Sehr schön Cool oder Genau Passend So Machen wir das mal hier runter Ja 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 so Okay Transportiere Kies Äh Erde 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 Okay Hm Und wie geht das jetzt? Wo ist jetzt Jörg? Ja Hä? Fürs Schüttgut Fürs Schüttgut Hä? Was? Ach sagt bloß Ich muss jetzt auch noch hier Warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Das ist gerade ein bisschen komisch Warte mal Ja Okay Ja ich war's für nett Was der von mir will Was der von mir will jetzt Warte mal Zeig mir der jetzt hin Hm Warte mal Vielleicht muss ich hier Irgendwo hin Da vielleicht Hm Besorge null mal Schüttgut Hundertprozent Aber transportiere Erde Vom Kieswerk In dem markierten Bereich Hä? Ja wie soll ich denn Erde Also doch wieder Hintun Warte mal Okay Okay Jetzt stellen wir das Bitte ab Hm Warte mal Warte mal Äh Und lade sie dort ab Aber mit was? Mit einem Pritschenwagen Oder was? Mit dem? Warte mal Kieswerk Fahren wir gleich hin Und nehmen wir in Kauf So Okay Hm Wo ist noch mal Erde? Ich hoffe das ist richtig Moment Hm Was hat er noch mal gesagt? Äh Dann fahren sie unter Einer der drei Silos Neben dem Trichter Silos neben dem Trichter Pfff Hä? Neben dem Trichter Also hier oder was? Ah okay Aha Jetzt zur Baustelle oder? Das ging ja einfach Also doch mit dem Ding Na gut Dann fahren wir jetzt wieder zurück Ich fahr mal jetzt zur Baustelle Wahrscheinlich dann Ähm Kippen oder was? Naja Wie auch immer Hm Ich würde schon noch sagen Oh Jetzt fahren wir mit 100 Hoho Alter So oder leh Fahren wir gleich mal mit 100 Durch die Stadt rein So Ja Ja Bieg ab Aber immer Ruhe Kann ich hier in Ruhe Rumfahren Einpassant Okay So Fahren wir das mal da rein Achso Und dort abladen Ah okay Ah wieder falsch rum Mann Pfff Gibt's ja der Und wie geht das jetzt? Ah Okay So dann Aha Uh Jawoll Das ist cool Sieht aber schön aus Huch Gott Schmeißt du alles runter Okay Haben wir das auch mal So Und beim nächsten Mal Fahren wir das mal wieder weg da Was müssen wir da machen? Besorge zweimal Besorge zweimal Schnittholz Fichte Und Lerche Vom Sägewerk Okay Das machen wir beim nächsten Mal Im nächsten Part Dann fahren wir zum Sägewerk Und holen das Holz Dann bis zum nächsten Mal Tschüss Und Und Tschüss Und Tschüss Und Tschüss Tschüss